Dies ist eine Gleichung zweiten Grades mit einer unbekannten und hier sind die Auflösungsformeln dazu. Zuerst müssen wir die Werte von a, b und c sicherstellen. a, das ist die Vorzahl von x², also 3. b, das ist die Vorzahl von x, also minus 2, Vorsicht, nicht das Minus vergessen, und c ist der unabhängige Term, also 5. Die Diskriminante wird berechnet durch b²-4ac, in unserem Beispiel hier, also minus 2 im Quadrat, minus 4 mal 3 mal 5. Aber das macht 4 minus 60. Wir brauchen den Wert nicht zu berechnen, um zu sehen, dass diese Zahl streng negativ ist. Wir sind also im zweiten Fall und die Gleichung hat gar keine Lösung, deshalb ist die Lösungsmenge leer. Die leere Menge schreibt man so oder so. Aber die Mathematiker sind etwas traurig, wenn eine Gleichung keine Lösung hat. Es stimmt, in der Menge der reellen Zahlen hat diese Gleichung keine Lösung, aber der Mathematiker hat eine erweiterte Zahlenmenge geschaffen, die Menge der komplexen Zahlen, und diese Gleichung hat in dieser Menge doch noch zwei Lösungen. Wer sich interessiert für die komplexen Zahlen, kann sich gerne das Tutorial D6018 anschauen, wo die komplexen Zahlen im Detail durchgenommen werden.